Nach einem hektischen Tag im Büro ist die Vorfreude auf den Feierabend doppelt so groß. Besonders, wenn zu Hause bereits eine entspannende Behandlung durch dieses Elektromassagegerät mit Tiefenwärme auf Sie wartet. Die 6 in 1 Premium-Lösung ist mit allem ausgestattet, was Sie für eine fantastische Massage ohne teuren Masseur brauchen. Dank kompakter Maße und Batteriebetrieb ist Ihr neuer Wohltäter darüber hinaus ein idealer Begleiter im Reisegepäck. Das große, grafische LCD-Display mit selbsterklärenden Symbolen gibt über alle Einstellungen wie Intensitätsstufe, Restzeit und den gewählten Massagemodus Auskunft. Sie haben die Wahl zwischen sechs verschiedenen Massagearten. Dazu gehören Klopf-, Schlag- und Druckmassage sowie Kneten-, Massieren- und ein automatischer Modus. Die Anwendung des Profi-Masseurs ist ganz einfach. Sie bringen die selbsthaftenden Massagepads auf der gewünschten Körperstelle an und starten die Behandlung mit Hilfe der Steuereinheit. Besonders verspannte Körperpartien verwöhnen Sie am besten mit der Infrarot-Tiefenwärme, die Sie jederzeit zuschalten können. Belohnen Sie Ihren Körper mit Ruhe und Entspannung, denn das haben Sie sich verdient. Also, schnell bestellen, zurücklehnen und genießen. Belohnen Sie im Ersatz für Oles Dritte Beirat Beirat Vielen Dank.